Das geht ab, ich bin Leo und Leute, Willkommen nach langem wieder auf diesem Channel. Ich war ja krank und ja Leute, deshalb kam auch nichts. Und was haben wir heute vor? Ich werde heute mit einem Kendama üben, das nämlich von Julian Bam ist. Zu diesem Produkt, erst Link in der Beschreibung, genau wie zum Matchup von Julian Bam. Und ja Leute, ich würde sagen, packen wir es aus und jetzt. Okay Leute, das ist eigentlich mies, wie gekippt, alter Junge, what the? Oh mein Gott. Leute, alter, was? Alter, Leute. Ich kenne damals einfach extrem nice. Und hier sind so Schriften. Und hier steht auch Eternal God. Und ja Leute, würde ich sagen, probier es mal. What? Wait. Hä? Leute, ich habe es einfach direkt beim ersten Mal geschafft. Ah, Junge. Hat nichts nicht geklappt. Ey, das macht jetzt schon einfach zu Stück. Okay. 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 Leute, ich habe es einfach auf der Seite gelandet. Zweite Woche auch. Das ist jetzt hier drin. Au. Nein. Scheiße, warte mal, ich brauche hier eigentlich. Ich muss noch einkaufen. Scheiße. Oh mein Gott. Oha, Junge. Was ist denn hier los? Die sind einfach schon Dane drin. What the fuck? Ich glaube, das ist normal. Das ist so ein Fake. Ey. Ey. Oha, Junge. Drei. Zwei. Eins. Ah. Okay, Leute. Man kann es auch so machen, oder? Ja, kann man auch. Ey. Das habe ich fast geschafft. Komm, nochmal neu. Warte. Drei. Zwei. Eins. Nein. Ey, was versuche ich hier eigentlich? Boah, das hätte fast geklappt. Ich bin ein Anfänger. Ich bin ein Anfänger. Woi. Was? Drei Mal. Alter, nochmal ein neuer Versuch. Au. Ich habe es drei Mal jetzt geschafft. Drei Mal. Auf diese Seite, auf diese und dann nochmal hier unten drauf. Also, das war gerade echt fail. Das war gerade echt zirma fail. Nein. Scheiße. Nein. Ey, Junge. Drei. Zwei. Eins. Ich bin einfach zu doof dafür. Leute, schaffe ich. Yo. Und jetzt muss ich dieses Loch hier dauernd reinkriegen. Das werde ich niemals schaffen. Was war das denn, Junge? Was habe ich denn gemacht? Junge. Ah, voll gegen mein Knie. Aber, macht echt schon Bock. Juli Bam. Machen wir weiter so. Das macht richtig, sehr schnell. Nein. Mist. Nein. Hä? Jetzt hat sich der Knotel. Wie ist das denn passiert? Nein. Ah, Mist. Leute. Was habe ich denn hier gemacht? Oh. Okay, das ist ja der größte Fail. Ah, das hat fast geklappt. Einfach komplett verheddert. Ich versuch das jetzt mal. Nur herum, weil ich bin eigentlich nie da drin. Hätte beinahe geklappt. Hätte beinahe geklappt. Ich muss aufpassen, dass hier gegen den Schrank noch knallt. Weil ich habe hier noch im Schrank stehen. Äh, den Tisch stehen. Und wenn es dagegen knallt, ist die Kugel bestimmt kaputt. Ey, was mache ich denn da? Nee, hat nett geklappt. Junge. Ey, bis jetzt läuft es echt gut. Scheiße. Jetzt hat es komplett vermasselt. Aber, macht schon süchtig. Leute. Eternal God. Erstlink in der Beschreibung. Habt ihr das gesehen? Kata Nestle Motion. Spaß. So, Leute. Gebt einen fetten Daumen nach oben. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare. Warte, was ihr jetzt nächstes haben wollt. Für ein Video. Vielleicht kann ich nochmal mit dem Gena mal spielen. Wer weiß. Vielleicht eine Trauer Nacht Challenge. Und Leute. An Weihnachten wird so oder so ein neues Video online kommen. Deshalb schaltet unbedingt an Weihnachten ein. Es wird krank. Es wird heftig. Es kommt eine krasse Folge online. Dicker. Das verarscht mich, ne? Das verarscht mich. Oh, nee. Es klappt. Du musst dich umfasseln. Nochmal neuer Versuch. Nochmal neuer Versuch. Ey, Junge. Jetzt klappt es nicht mehr. Man muss Geduld haben. Man muss dich konzentrieren. Ich kann mich nicht mehr. 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 leider nicht geklappt ok leute dann würde ich sagen schaltet zur nächsten folge ein ich gehe jetzt erstmal einkaufen ja was dann schönen tag leute sagen kommt noch ein treffer kommt noch ein zu diesem produkt kommt die erste link in der beschreibung genau wie zum merch shop und dann würde ich sagen schaltet zur nächsten folge ein bis zum nächsten video bis zum nächsten mal